So, hochfahren, Türme, well, nö, nö, ist niemand da, scheiße, der Ballwerfer wurde entfernt, ne, fuck, hab ich irgendwas zum Werfen hier, ne, jetzt echt, wie komm ich hier rüber, kannst du mal bitte ruhig sein, du Arsch, hm, ich müsste irgendwie da heil rüberkommen, ohne zu sterben, das wird nicht funktionieren, aber was funktionieren kann, nein, ich bin da nicht, was funktionieren kann, ist, hier ein Portal ansetzen und dann ganz schnell da rein, oh, 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 oh helfen. Okay, also er geht da ruhig. Er hat den gleichen Glitch verursacht wie ich auch. Er nimmt nur den Rechner mit. Er hat da oben ein Portal gesetzt. Achso, er ist gleich da vorne oben. Ja, okay. Ich hab's besser gelöst. Dann hat er da den Rechner. Wieso hält er denn da fest? Ach, das Ding ist zeitgesteuert und geht... Nee, ist nicht wahr. Hat er da selbst einen Glitch oder was? Er geht auf den Schalter. Oh ja. So macht er das also. So sind wir also drauf. Er hat das Spiel betrogen. Er hat das Spiel betrogen. Er hat das Spiel einfach mal abgekürzt. Das... So will ich auch tun. Wisst ihr was? Das mach ich noch viel einfacher. Spielladen. Nehmen wir mal den Autosave. Ich denke mal, der Autosave ist eh am Anfang, ne? Rümm, rümm, rümm. Ne, der Autosave ist am Arsch. Das war noch ein... Den Autosave, der ist wahrscheinlich am Anfang. Ne, der Autosave ist auch für ein Arsch. Ach, Halt's Maul. Wie kriege ich jetzt eine Kamera her? Ganz einfach. Mach doch den hier. Wir machen... Danke. Danke, dass du mich in den Tod schmilzt. Das dauert immer so unendlich lange in den Tod... Äh, vom Tod aus ins Leben zurückzukehren. Ach, jetzt bin ich wieder hier. So rechts wie möglich. So, und dann hier runter. Ich brauche einen Computer. Ähm, ist die Frage, welches Portal habe ich jetzt da oben, ne? Ja, okay, das war das Richtige. Denke ich. So. Wir nehmen den mit. Genau wie der Meister im Internet. Dann gehen wir hier ruhig. Wo ist denn mein Rechner? Na toll, mein Rechner ist in die Suppe gefallen und gestorben. Im anderen Wunder ist es verkackt. Kann ich eigentlich auch gleich wieder laden. Dann mache ich da unten jetzt gleich einen Quick Save und dann schaue ich mal. So, ich brauche einfach nur das Orangene nehmen gleich. Dann mache ich das doch. Dum, 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 dum. Rums, 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 rums. Rums, 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 rums. So, jetzt aber So, genau wie der Meister im Internet Versuche ich das hier umzudrehen So, probieren wir es Ganz ruhig, ganz ruhig Ganz ruhig Wo ist die Tür? Wieso ist die Tür zu? Verfickte Scheiße Na toll, mein Turm hängt Das Ding hängt in der Mauer drin Wenn mein Blickfeld sich... Hallo Oh, ich hasse Portal Weil bei Portal, da ist die Physik Engine irgendwie so ganz komisch Oh, ich habe ja hier abgespeichert Also kann ja nichts passieren Okay, das heißt ich muss ein bisschen mit Zeit arbeiten Warum ist die Tür schon wieder zu? Oh, wieso ruckelt das die ganze Zeit? Oh, Herrschaft nochmal War ja doch nicht richtig Hallo, ich will weitermachen Ich will weiterkommen Kann man sich das ja so machen Das funktioniert ja nicht Die Physik Engine ist für den Arsch Aber richtig Richtig derbe Ähm, da hinten ist nicht portalfähig Ne, ne Ach, da hat es doch gerade So Jetzt ganz vorsichtig so nehmen Und dann so absetzen So Speichern Abschießen lassen Und dann möglichst weit rechts Dass ich nicht über den Schalter komme So Warum ist das untere Portal eigentlich umgedreht? Ich weiß es nicht So Dann so machen Dass ich da ganz schnell durchkomme So Und dann da hinten ein Portal setzen Und ich hoffe, das war jetzt vorteilhaft Ja Ja, wir haben es geschafft Abspeichern Okay, das sollte ich eigentlich noch können Ähm, blau Ich hätte blau Ich hätte orange schießen müssen Schießen Ich hätte orange schießen müssen Ähm Ja, nö Ist klar Die Portale verschwinden einfach Das heißt, mit anderen Worten Du kannst dein Spielstand Laden, Junge So ein Scheiß Ach, daneben Ich habe daneben geschossen Äh Och, Mann Genau das hasse ich Oh, ich werde laut Entschuldigung Was heißt, ich muss Oh, nö So Zur sicheren Durch Zur schnelleren Durchführung Musst du mal schneller Anfinden Ist das in dem Fall F9 Ja, F9 Ist auch nicht mein Aufnahmeknopf Und jetzt Jetzt, 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 jetzt Blau Jetzt, jetzt, jetzt Orange Und jetzt, jetzt, jetzt Blau wieder Und ich hoffe, das war Fortschritt Yeah, das war Fortschritt Das war Fortschritt Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Leute Yeah, wir haben es geschafft Sacha Torte freigeschaltet Ja, wir haben es geschafft Und werden instant 100% Tja Tja, das kann man für Fortschritt Jetzt kommt Herausforderung, oder wie Neun Portale 30 Schritte Ich probier's mal Die wenigsten Schritte Oh Gott, meine Schritte werden gezählt Scheiße, das zählt schon als Zwei-Schritt Da Sie nun beide Portale kontrollieren Könnte der nächste Test sehr, sehr lange dauern Wenn Ihnen schildliche Torte ist Kippen Sie ruhig um Ein Intubationsmitarbeiter Setzt Sie mit Markenmitteln und Adrenalin wiederbeleben Ich kann eigentlich auch schon der Schorn F9 drücken Weil Ich hab total Ich hab zwei Schritte verbraten gerade Sogar mehr Da wollte ich doch nicht hin Spiel Ich mach dich gleich ganz kaputt Da Sie nun beide Portale kontrollieren Könnte der nächste Test sehr, sehr lange dauern Wenn Ihnen schwindlich wird vor Dost Kippen Sie ruhig um Ein Intubationsmitarbeiter Wird Sie mit Markenmitteln und Adrenalin wiederbeleben Halt's Maul So, ich möchte da rein Ich brauch den Würfel, glaub ich Das ist das Problem Das Problem ist, ich muss da jetzt irgendwie hin Ach, was soll's So, 19 Ähm Jetzt muss der Würfel in die richtige Leitung Ich hab jetzt schon einen Schritt verbraten Guckt euch das an 20 Ich darf nur noch 10 Schritte machen Nein Ja, nee, ist klar Habt ihr es gesehen? Ein Schubende Das könnt ihr schon selbst machen Das war Portal Bonus Folge 3 Und wir haben zumindest die Testkammern fortgeschritten durchgeführt Ob ich den Rest auch mache Keine Ahnung Mal schauen Bis dann Bis dann